Die Welt ist wunderbar, obwohl man lest in Nachrichten und es gibt nur Blues und es ist alles so deprimierend. Das Klima, wir haben die Pandemie gerade, wir haben diesen Kloppenkrieg und trotzdem ist die Welt wunderbar, aber wir müssen natürlich irgendwie sorgen, dass es so bleibt. Also das ist die uralten Botschaft. Musik